Herzlich Willkommen von Wumadventure. Ja, diesmal ist eher ein trauriges Kapitel in meinem Leben und um ein Haar hätte ich meinen Hund verloren, die Aila, den alten Husky. Und ja, da nehme ich euch jetzt mit in diese Phase, die dauerte gute 13 Tage. Und ja, seht selber und wir waren unterwegs durch die Wüste und haben dann angehalten in der Nacht. Okay, viel, ja, Spass kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, viel Interesse beim Schauen. Bis später. Oh, endlich wieder mal eine schöne, gute Strasse. Da freut man sich echt wieder. Jetzt geht es ein bisschen durch die Wüsterlandschaft. Da bauen sie eigentlich mehr oder weniger super Autobahnen. Und sobald eine Brücke kommt, muss man runter auf 30 kmh, weil es so viele Bodenwellen hat auf der Brücke. In Gasly sind wir eigentlich zum Übernachten hingefahren. Abends um elf ist dann Aila verschwunden. Ich habe sie gesucht im Umkraus von 300, 400 Meter, rufe ich sie. Sie kam dann aber nicht mehr. Angie war nur so 50, 60 Meter entfernt. Sie war da. Normalerweise gehen die zu zweit weg. Ich kann mir nicht erklären, warum die Aila nicht mehr kam. Auf jeden Fall, jetzt ab jetzt sind wir eigentlich nicht mehr am Reisen. Wir konnten nicht mehr reisen, weil wir haben den echten Horror die ersten drei Tage durchgemacht, weil einfach Aila verschwunden war. Und das war für mich eines der schrecklichsten Momente überhaupt in meinem Leben, weil mit Aila bin ich schon zwölf Jahre zusammen, zehn davon im Camper. Sie kennt dieses Camper-Leben eigentlich in- und auswendig, aber sie wird halt auch älter. Ich bin also mehrere tot gestorben und ja, jetzt seht selber diese Episode, wo wir dann ja die Aila dann auch wiedergefunden haben. Aber kurz vor dem Sterben eigentlich, sie hätte nicht mehr lange durchgemacht. Mittags um eins habe ich sie dann gefunden. Also der grössten Hitze, es war etwa 35 Grad, völlig dehydriert, zehn Kilometer weit weg an der Autobahn und mit einer Vergiftung auch noch. Also ja, also Glück gehabt, dass sie da jemand gesehen hat, dass wir alle informiert haben, das ganze Dorf auch, die Polizei und 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 und. Über eine Facebook-Gruppe von einem Polizisten hat sie dann jemand gesehen oder wiedererkannt und gemeldet und so konnte ich sie dann holen. Aber ja, nah am Tod vorbei, eine Nacht mehr und sie wäre nicht mehr unter uns. Aber ja, ab hier geht es jetzt quasi weiter. Zum Wassertanken und in einem Pumpwerk speziell, ich zeige euch das mal. So läuft das hier. Ein Pumpwerk, das Einzige in diesem Dorf, wo ich gerade bin. Und die hatten einen Stromausfall, jetzt läuft es wieder, jetzt kommen alle. Da kommt jetzt der Tanklastwagen und ich nütze die Stunde der Minute und habe meinen Schlauch da angehängt, weil das Dorf hat keinen Wasserdruck. Die liefern das meiste eigentlich mit so Tanks und der Druck ist natürlich ein Problem. Deswegen habe ich es hier angehängt. Ja, mit Englisch sprechen ist es hier auch nicht ganz einfach. Ansonsten nehmen wir den Google Translator. Aber jetzt haben wir einen Herr gefunden, der uns hilft, Wasser zu besorgen und sind auch noch zum Essen eingeladen und so weiter. Ja, ist nett. Hier, wir sind da eigentlich in der Wüste. Jetzt ist der nächste Tanklastwagen gekommen, der hat leider keinen Schlauchanschluss. Deswegen halten wir den Schlauch da oben hin ins Rohr und die Bohrmaschine läuft dazu mit der Wasserpumpe. Das war eine Aktion, vier Tage später. Völlig geschwächt, zitternd, völlig überhitzt. Wir waren so lange jetzt auf Suche nach ihr. Jetzt hat die Polizei sie plötzlich gebracht. Die muss rein, erheb sie doch rein. Saugen, saugen, saugen. Und eine Bode ist verletzt. Das müssen wir uns nachher anschauen, aber jetzt muss ich mal wieder zugreifen. Oben, kaltes Hallo über den überhitzten Hund. Heila, wo hast du denn? Hast du schon so lange gesucht und nicht mehr gefunden? Bist halt doch ein altes Mädchen jetzt. Hm? Also wir sind jetzt auf dem Weg zur Klinik, weil es der Heila nicht so gut ging. Und jetzt scheitert das hier jetzt fast an diesem blöden Rohr hier oben. Kommt er nämlich fast nicht durch. Okay, mit fast platten Reifen hat es jetzt geklappt. Vara, sprechen die alle Russisch oder habt ihr eine eigene Sprache? Sie kann so nicht laufen. Wir müssen es erhöhen. Jetzt ist sie fast fertig mit Behandlung. Das erste muss aber mal weiter behandelt werden. Wenn ihr es geschafft habt, könnt ihr es selbst проводieren. Der Katheter, der da steht. Bis einer Woche kann er da stehen. Übersetzung immer mit Kursen. Nichts wichtiges nicht. Wenn Sie kommen, hören Sie die Beine selbst aus. Es kann dort bis zu einer Woche stehen. Es kann dort stehen. Manchmal klingt es komisch, aber ist so. Wir verstehen trotzdem. Der zweite Behandlung. Neuer Behandlungstag für Eila. Jetzt legen wir eine Infusion ein. In 20 Minuten stellen wir das zweite auf. Okay. Ein Abendspaziergang jetzt mit meinem Hund hier in Bukrada. Und was echt toll ist, wir haben vor ihren Häusern richtige Dichte Wälder und Pflanzen. Das macht ein tolles Klima hier. Weil hier hat sie später irgendwann mal über 40, 45, fast 50 Grad. Die Häuser sind natürlich so richtig bunt. Und, ja, ich würde mal sagen, so wie jetzt Stil noch. Alles aus dieser Zeit. Hier in den Wohnsiedlungen. Unten der Straßenverkehr mit seinem Lärm. Wobei der noch ein bisschen im Zaum hält hier. Und oben, da toben die Vögel. Unglaublich viele Vögel hier in den Bäumen. Mit einem Lärm am Abend. Also hier wird kein Wert auf einheitliche Fassaden geschlägt. Jeder hat seine eigene Fenstergröße. Und kann seine Fassade gestalten, wie er will. Die Angie kriegt jetzt hier im Camper Infusionen. Nachdem es ja wirklich nicht gut geht. Und das machen wir selber. Und die hängen da. Wir haben es uns zeigen lassen. Kurz mal ein Blick in ein usbekisches Restaurant. Denn dann kann man hier ganz schön wunderbar schlemmen. So sieht das aus. Und der René und ich gönnen uns kurz eine Pause. Zwischen der Behandlung unseres Hundes. Und genießen hier mal für eine halbe Stunde den Abend. Er hat uns zufrieden. Gehen wir jetzt wieder zurück zum Camper. Der Herr der Spritze. Der Hund braucht immer einen Einlauf. Und er leidet zum Darmreisen, weil er vergiftet ist. Wir sind ja schon eine Weile beim Tierarzt daneben. Parkiert wegen der Raila. Zähle ich dann später mal. Und jetzt wurde ich da eingeladen in ein kleines Geschäft. Im Keller zum Mittagessen. Ein kleiner Laden. Fast jeder hier hat irgendwo entladen. Und hier wurde ich zum Essen eingeladen. Wobei mir reicht der Salat. Weil es noch Mittag ist. In Bukhara beginnt das Leben erst nachts, denn wir haben hier tagsüber bereits über 40 Grad und dann sind die Menschen natürlich unterwegs erst am Abend. In den Riesenwohnanlagen treffen sich hier die Menschen am Abend immer. Und da unterhalten sich wie Fußball die Kids. Eine defekte Straßenlampe macht ein echtliches Disco-Licht. Und wenn nicht gerade der Muezzin lauter ruft als die Disco-Musik, dann hört man überall in der Ferne moderne Musik. Hier wird gerade gebetet. Und es wird nachts essen gegangen. Auf den Straßen planiert. Hier in diesem Restaurant Pinot, wo es wirklich sehr gut schmeckt, in Bukhara. Und wir haben da noch viele Gäste drin, soweit ich das sehe. So, seit einer Woche kommen wir nicht mehr weiter, weil Ayla, unser Hund, unser Husky-Hund, krank ist. Und zwar in Gasly, also das letzte Dorf, wo wir waren. Da waren wir etwa drei Tage. Da ist sie abends weg und kam dann einfach nicht mehr zurück. Sie ist ja zwölfeinhalb. Normalerweise kommt sie immer, aber da kam sie nicht mehr. Und wir wussten nicht, was los ist. Ja, auf jeden Fall nach drei Tagen haben wir sie dann endlich gefunden. Ich habe so viel gesucht. Die ganze Stadt, wir haben Plakate aufgehängt. Aufgehängt, am Schluss wusste es jeder. Und dann kam sie dann zehn Kilometer weit auf der Autobahn, hat jemand sie unter einem Busch gesichtet. Und wir konnten sie holen. Lange Rede, kurzen Sinn. Wir sind dann sofort in die nächste Stadt, nach Bukhara gefahren. Das ist nämlich der einzige Tierarzt, der hier ist, gleich im Hintergrund. Und dann wurde gleich mal, sie war ja dehydriert natürlich, gleich mal intravenös, sie versorgt mit Flüssigkeit. Und das machen wir jetzt selber jeden Tag. Und zusätzlich hatte sie noch eine Lebensmittelvergiftung, weil sie hat dann richtig Blut hinten rausgelassen. Und vermutlich hat sie, weil sie Hunger hatte, irgendwas Verdorbenes gegessen. Und das sind wir jetzt im Behandeln. Also seit drei Tagen ist jetzt die Behandlung. Und ja, was wir hier erleben, ist einzigartig. Und zwar mit dem Arzt zum Beispiel. Das ist der Arzt und der hilft uns unglaublich. Er kommt immer wieder Fragen. Das ist der Assistent. Und sie sind also sehr lieb und helfen immer wieder. Ich habe immer vorbeikommen. Er hat auch versucht, mit mir Wasser zu finden. Und ja, was wir erleben, ist unglaubliche Gastfreundschaft. Danke vielmals. Dann da drüben ist ein kleiner Händler, der ein bisschen Werkzeug verkauft. Wir sind natürlich, wenn wir was brauchen, sofort bei ihm einkaufen gegangen. Auch er hilft immer wieder, zeigt mir, wo ich was kriege. Ja, und hier ist der Platz. Übrigens haben die alle, viele haben so ganz kleine Läden. Das geht hier wohl unkompliziert. Das ist unser Platz. Da sind wir jetzt schon, ja, vier Tage bald. Und das Schöne ist, diese Nachbarin hat Kleinkinder, ein Baby. Und am Anfang hat natürlich der Hund da Blut rausgelassen, gleich da. Und dann haben sie ihn nachgeputzt. Aber sie hatte Angst um ihr Baby, weil sie dachte, der hätte irgend so eine ansteigende Krankheit. Da hat sie die Polizei gerufen. Und, Moment, ich drehe die Karte. Und unterdessen hat sich das ja auch beruhigt. Jetzt kommt kein Blut mehr raus. Und unterdessen ist sie natürlich auch entspannter und gibt uns jetzt sogar Wasser. Und da sind wir recht froh, weil Wasser ist hier echt Mangelware. Natürlich bezahlen wir das. Aber da muss ich nicht mal umparken und kann direkt bei ihr. Weil Wasser zu bekommen hier ist echt ein Problem. Ja, und jetzt guckt sie sogar meine Videos an. Ja, und ich bin echt froh um diese Waschmaschine, weil der Hund, der macht echt Sauerei. Und da waschen wir praktisch täglich eins bis zwei Maschinen. Im Moment sogar unsere Kleider. Und duschen tut man hier auch mehr, weil es ist über 35 Grad. Und auch um mein Klima bin ich jetzt echt froh, weil ich bin hier echt, ja, in der Hitze sonst. Und der Solar reicht gerade so knapp, weil ich bin zwischen Häusern. Aber es geht. Und ja, jetzt bleiben wir hier ein paar Tage, bis ihr das seht. Hoffentlich sind wir wieder unterwegs. Ich habe mir jetzt hier mal die Füße machen lassen, die geschundenen. Die schlichten Füße und die sind aus dem Nordgeboren. Wahnsinn. Für nur 8 Euro. Was für eine schöne Karavanserei. Die Karavanserei Nodrute von Vigi Madrasda. Hier mit raumhaften Kacheln. Alles in blau, als Symbol des Wassers. Mit Innenhof. Immer noch populär ist hier das Puppenspiel. Hier gibt es nämlich einen Puppenladen. Da werden die Puppen hergestellt und präsentiert mit History. Eine Puppe passend zum Gesicht machen lassen. Das wäre immer ein tolles Geschenk. Die Puppen tanzen und zeigt uns das, wie die sich bewegen. Sehr witzig. Schaut fast echt aus. Cool. Das ist cool. Das waren ein paar Puppen aller Premierminister, die es hier gab. Und unten drunter die ganzen Ehefrauen und Kukubinen. Naja, so war das eben zu der Zeit. Ich sollte mir hier auch eine Puppe machen lassen, die aussieht wie ich. Oder vielleicht auch der René. Ich werde mal fragen, was das kostet. Wir sind auf dem Weg durch das jüdische Viertel, hier in den Gassen jetzt. Hier wird die Synagoge rekonstruiert und renoviert. Alles hier für große Gäste. Christine Lagarde, Zentralbank, Euro-Soyuz. Aha. Das waren alles. Das war der deutsche Präsident der Uzbekistan. Das war der Zier. Mhm, mhm. Gerard Depardieu. Hillary Clinton war auch da. Der Innenraum, der Gebetsraum. Der Herr zeigt mir mal kurz, was es hier zu sehen gibt. Und hier der Thora-Schrein hat mir der Herr auch gezeigt. Darf ich ein Foto machen, ein Video? Ein bisschen Marktgefühl. Und hier wird es auch richtig kalt. Und zwar vor allem im Dezember und Februar, wenn hier die eiskalten Winde durchpfeifen. Und deswegen gibt es hier auch Pelzmützen. Aber ansonsten natürlich ein wunderbares, kühles Gefühl hier in diesem Gebäude. Direkt neben dem Calon Minaret, hier diese große Calon Couché. Hier ist es doch ziemlich warm, aber schon sehr beeindruckend. Die heutige Tour bringt mich auch hier in den einheimischen Bazaar. Und da blinkt's und glitzert's. Hier kaufen die Menschen ein, auch. Das ist auch so toll, ein Krönchen. Sehr schön. Der Memorial-Komplex von Imam al-Bukhari, einer der Gründe, warum die Moslems hier in Bukhara bis zu kommen. Da bräuchte es jetzt Geruchsfernsehen, um in dieser Halle zu erleben, wie traumhaft diese Gerüche hier sind. Denn das ist eine Gewürzhalle. Also hier, wenn ein Sakreis umfällt, dann würde es eine ganz schöne Sauerei geben. Lais in allen Farben und auch Nudeln und Linsen, Salz. Das sieht toll aus. Das ist der Johnny. Was ist der Name? Reni. Reni. Foto, 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 Foto. Draussen ist es bereits 37 Grad. Wir sind ja jetzt ein bisschen in die Stadt hinein, in den schönen Park. Und heute war ich schnell eingekauft. Also ich habe mich abgelaufen. Die Fett-Apotheken sind die falschen. Ich musste zu den menschlichen Apotheken. Und da habe ich eingekauft für Ayla. Tja, da unten ist unser Patient. Jetzt hoffen wir, dass sie bald anfängt zu essen. Wir sind jetzt seit fünf Tagen an der Therapie. Nämlich Infusionen legen. Im Tag vier so verschiedene Flaschen. Und das hier habe ich jetzt gerade gekauft. Da zum Reinmachen. Dann, keine Ahnung, so Vitamine und so weiter. Das alles hat nicht mal zwei Euro gekostet. Also hier ist es sehr, sehr günstig. Ucharabay night. Nach vielen stressigen Kollege-Tagen braucht es heute mal ein Eis. Ein bisschen Wasserspiele hier am Pond, Zentralpond in Ecuador. Da ist nightlife angesagt. Überall sind die Menschen jetzt unterwegs, weil es nicht mehr so heiß ist. Also wenn wir wissen wollen, wo unsere alten Autos bleiben, die fahren hier in so kurzen LKWs durch Uzbekistan. Das sieht ja heiß aus. Wir fahren jetzt nach Samarkand an diesen speziellen Lampen vorbei. Nach gut 13 Tagen hat Ayla wieder angefangen zu essen. Wir waren ganze drei Nächte in Gasli, mitten in der Wüste. Ein kleines Dorf, wo alle von einer Gasfirma arbeiten. Dann sind wir nach Bukhara gefahren, eben zum Tierarzt. Und da nochmal 19 Tage geblieben. Ja, unterdessen ist sie wieder und da sind wir gottenfroh. Und ihr Stuhlgang hat sich normalisiert. Also es ist jetzt über dem Berg und wir können echt dankbar sein, dass es so gut ausgegangen ist. Ja, an dieser Stelle machen wir hier Schluss. Und ihr danke fürs Zuschauen. Trotzdem Daumen hoch, auch wenn die Story jetzt nicht so erfreulich ist. Wobei, sie hat ein Happy End. Aber es war nicht ganz einfach, diese Zeit für uns, wo wir auch viel weniger gefilmt haben. Trotzdem, ja, vor allem ich habe fast nicht mehr gefilmt, weil es mir echt beschissen ging. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.